Was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Video. Mit dabei ist heute der liebe Splatterman. Hey! Hi! Und der liebe Philipp Apostel. Was geht, Bruder? We're back from Gamescom! Wooh! Philipp hat auf jeden Fall auf der Gamescom maßlos übertrieben und war auf jeden Fall ein sehr angenehmer Gast an der Stelle. Da auf jeden Fall einmal ganz kurz... Dieses Emote, Alter! Warum ist denn sein Gesicht schwarz? Äh, was?! Okay. By the way, meine Freundin Thomas hat sämtliche V-Bugs von mir ausgegeben, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Und der Videolink dazu ist vielleicht ganz tief unten in der Videobeschreibung. Aber dafür kriegt Thomas dieses Jahr keinen Urlaub mehr, also das passt schon. Komm, Micky, komm mal her zu mir. Einmal zusammen, auf drei, okay? Ja. Eins, zwei, drei. Ja, Mann. Ja, Mann! Boah, Junge, ist das geil, Alter! Woohoo! Das ist einfach geil. Guck uns an, guck uns an, Junge. Wow, 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 wow! Wie Legenden, Alter! Hey, boys, do we thank the bus driver or not? Oh, die springs. Eins, zwei, drei, raus! Tschuuu! Micky, warum hast du dem Busfahrer nicht gedankt? Ich hab ihn noch gedankt jetzt. Ich bin gerne einfach so der Letzte, weißt du, der dem Busfahrer dann Tschüss sagt. Einfach nochmal so als... Tschüss, schönen Tag noch. So als Autorität. Dieses unangenehme Kind, dieses unangenehme Kind, was bis zum letzten Ort fahren muss und dann den Busfahrer immer dazu labert. Das bist du, schön. Ja, und am Ende klatscht. Und am Ende klatscht, danke. Wie beim Flugzeug. Kalki Springs, 15 Leute. Ja, Crack House. Oh, manne. Granatläufer. Was hab ich denn jetzt hier von komisches Gerät? Der läuft weg auf die Straße. Micky, brauchst du ein bisschen Hilfe? Ich hab zwei down. Ich komme. Mann, ne. So many enemies in the middle of the road. Close to Revi. Holy shit. Oh, unter mir und Splatterman im Haus. Ja, ist mir egal. Ich geh jetzt zu Revi. Ja. Oh, ich brauch Hilfe. Weil mir pusht jemand, mich pusht jemand. Hab ihn. Nice. Brauch unbedingt AR-Munition, Jungs. Ah, ich hab alles gefunden, was ich brauche. Ich bin der liebste Mensch der Welt. Ja, wobei, ne, das reicht mir nicht. Hey. Today it's gonna be the day, it's gonna be the day back to you. I feel like we should start a band, guys. Micky and the Daxes. Bei mir sind Gegner. Ich brauch Hilfe. Ich nutze meine Rift. Wo sind die, wo sind die? Blauhaus. Oh, ich kann nicht treffen! Der stirbt! Stirb einen Tod, der ganz schrecklich ist. Oh, Mann. Gotcha. Mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen, Splatterman. Ich hab dich, Leute. Ich hab dich, ich hab dich. Ich will deinen Arsch. Ich glaub, wir sind eigentlich soweit ganz gut set. Und jetzt können wir eigentlich anfangen, uns die Welt zu Füßen zu legen. Hä? Nicht? Waren das nicht die anderen für uns? Achso. Ich dachte, du hast das Sprichwort nicht verstanden. Wie sagt man so schön? Wer dem anderen eine Grube gräbt, der braucht nicht im Glas noch sitzen. Oder, Micky? Keine Ahnung. Micky, wie heißt es so schön? Der müde Dax kickt den frühen Wurm. Micky, wie heißt es? 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 Ich bin down, ich bin down, ich werde mich drehen. Nein! Okay, ich bin eingebaut, alles safe, alles safe, alles gut. Ich sterbe nicht! Ich habe ihn! Oh, ich habe so eine Schelle kassiert. Oh mein Gott, sie hat diese Scheibe. Sehr schön. Sein Mail kommt, sein Mail kommt, sein Mail kommt. Splittermann, ich bin hier! Splittermann, ziehen sie mich hoch! Splittermann! Wo bist du? Das ist so schlecht. Das Blatter, du Verlore. Was ist denn jetzt mit den Katzenlobby? Die Katzenlobby? Boah, da warten wir schon seit Jahren drauf, Miki. Die Katzenlobby, das dauert wohl noch bis hier kommt. Ich will eine schöne Katzenlobby. Ich weiß nicht, wie das hier ein Video werden soll. I feel like the Autism is pretty strong in this one. Philipp, kann ich mit? Philipp, bitte, hallo! Ja, Moin! Weeeee! Hey, Brudy! Rechts von Dusty! Let's los! Hup! If a row we never leave our faces! Nein! Wer hat mich... Warum? Warum schießt ihr mich immer runter? Philipp, why? War es ihr wieder? Nein, war es Miki, ich denke. Mann, ich werde immer runtergeschossen. Ich bin am pushen. Ihr habt gerade auf ihn geschossen, dann werde ich... Es ist doch einfach eine Scheiße. Aber schiebt er mir jetzt drin hin. Oh! Ich bin gleich down, ich bin gleich down, ich bin gleich down. Moin! Miki, darf ich fragen, warum? Was denn? Die Frage nach dem Wieso. Ja, ihr habt doch gar nichts gemacht. Du hast mich ja runtergeschossen. Ja! Hat jemand ein Medipack oder sowas für mich? Miki? Ich hab's nicht. Miki, gib das her! Miki! Miki! Äh, was ist hier gerade los? Ich verstehe absolut gar nichts mehr. I소�iking... Ab dem Bergen ot ist Noyas. Ich hab ein Plan. Leute, 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 Leute. LEUTE! Nein, wir gehen jetzt da rein! Ja, das ist mein Plan. Komm zurück! Einer knocked. Oh, schönest Ding, Rewe. Danke schön. Jetzt müssen wir pushen. PUSH that bitch! Jetzt müssen wir los, nassen, bluten. Sehr schön. Der hat aber schön in dein Gesicht gesprungen. Ja, der hat gut gemacht. Richtig reingesprungen. Acht Leute noch am Leben. Ja, ein weiteres Team, ne? Ja, das sollten wir hinbekommen, oder, Jungs? Man, nur den einen, ich hätte gerade gern gehabt, Splatterman, ne? Hast du noch gar keinen? Nein, den einen, ich habe schon vier, aber den einen, der mit dem Gesicht geflogen ist, da hast du Last Hit gemacht. Aber ist nicht schlimm, weißt du warum? Weil wir Freunde sind? Genau. Cause maybe. You're going to be the one that saves me. Got it. Got it. Got it. Hey, Philip, how many grenades do you have, you freaking maniac? All of them. One of them is pretty, pretty low, cause I hit him in the face. Oh, God, ich bin so bad. Man, I'm not enough, Batman. So low. Where is he? I'm on my way home. Will you please die? Oh my fucking God, he's so low, man. He's like 5 HP. Nice one. Sehr schön. Sehr schön, Alter. Komm mal, komm mal zu, Leute. Noch eine Runde. Salz, Moment. Salz, Moment. Salz, Moment. So, und noch eine Runde. Okay, auf drei schreien wir alle in unser Mikrofon. Eins, zwei, drei. Philipp, you're dying. Oh, I got water in the wrong throat. Was it in your ass? No, that's dealing. I don't think that's called a throat. Erstmal den Busfahrer grüßen, ne? Den Busfahrer grüßen und alle, zwei, drei und auf wiedersehen, der Busfahrer. Tschüss. Salty boys don't greet Busfahrer. They're too salty. They don't have courtesy to greet people. Crackhouse? Ah, ich weiß nicht, ob ich das gar nicht schaffe. Ich bin ein bisschen... Backstein. Welches? Backstein! Ich lande Crackhouse. Ich lande Crackhouse. Ich lande Crackhouse. Oh God, ich bin auch beim Crackhouse. Nice, Better Man. Wir haben komplett verkackt. Geil, ich habe keine Waffe. Auf dem Dach über dir, Air Force. Ja, moin. Hey, hi. Ein mehr? Ich brauche unbedingt eine Waffe. Ich muss ihn erst mal umbringen. Oh, neben der Teigstalle. Two knocked. Ich habe keine Munition mehr. Ich brauche Munition! Treffer, treffer. Three knocked. Oh, oh, my ass. Los, Bruder! Oh, my God, shut up, 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 shut up! Fuuuuck! Finally, there's some good music in here. Will I am in Britney, bitch. Ah, my ears. So, Ravy, you are a DJ now. What kind of music are you playing? Only flute. Oh, nice, man. I'm always like, with my blockflöte, stehe ich da? Do you need a feature? Oh, ja, du bist da auch flöten, Mann. Kannst du das Universal Intro? Nee, ich muss die Tonart erst mal rausfinden. Giz. Kannst du was Motivierendes spielen, damit wir alle wirklich jetzt gewinnen? Ja. Okay. Rocky oder so. Oh, ja. Busfahrer danken. Und raus! Oh, ich muss raus! Ah! Philipp, das artistische Beatboxen hat's komplett abgerundet, wirklich. Ah, vielen Dank. War nice. Crackhouse, here we come, here we go. Easy go, easy come. Now you got me, la 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 la. Now you got me, like, ooh, la 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 la. Mama, Mama. Ah! Latte, Mann, warum stirbst du? Weil ich runtergefallen bin von Hügel. Und der Schmerz war groß und es tat sehr weh. Der Splatter-Mann fiel auf seinen Zeh. Aua! Okay, kommt mal alle neben mich. Eins, zwei, drei. Let it rip! Leute, bis jetzt. Die Schmerzen, die diese Skins da durchstehen müssen, wenn die in diesem Ding zusammengedrückt werden, müssen immens sein. Naja, mir egal. Sind ja nur blöde Spielecharaktere, oder? Keine echten Menschen. Oh, Big Ben, bei Big Ben wird gebaut. Links, bei Big Ben, genau. Ah! Sit easy. Revy, don't die! I'm trying. And I try your best and it don't succeed. Ich hab sie alle gehittet, by the way. Why are you calling them? Oh, der ganze loot ist mir. Let's los, nothing blooten. Got one! Let's go, diggers! Abhauen? We're going to leave? After the backsteine. Yeah, I know. I'm trying to snap them. Yeah, let's go. Let's go. Where are they? Dead. Your Gamescom. In and after. I didn't puke a single time during Gamescom, actually. Oh, er, Gegner. Im loot leg. Oh, I knocked him! Da, 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 da. Huh! Diese Arquete ist einfach durch mich durchgeflogen. Lol, einer ist direkt bei mir. Ich hab ihn... Hä? Irgendwas stimmt mit meinem Sound nicht, Digga. Ich hab ihn nicht gehört. Re-rap. Apostel macht das jetzt. Guck mal, er sieht uns nicht, der Trottel. Moin. Oh, das ist, uh, two guys. Give him to Spaderman. Next to you. Oh, das ist... Oh, das ist... Oh, das ist... Oh, das ist... Left, 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 left. Wow. Revy, I believe! One down. And... No, 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 no. Both down. One more from behind. Ready for health. Can someone come? Revy, just come. Just come. Philipp, buy me, buy me. Nee, 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 die sind, die sehen ich nicht. Oh, Mann, nein. Unter, unter, hier. Revy. Achtung, falle. Oh, ein mehr. Links, links, links. Nördlich, nördlich, nördlich. Start him. Medeaah! Woo! Helden sterben nicht, Jungs. Das ist richtig. Denn wir sind echte Helden. Ja, moin. Das ist mein. What the fu... I got sniped from Tilted. Oh, my God. No, there he is. Okay, I got you. I got you. No, no, no. 2 HP, 4 HP, 4 HP, 2 HP. Holy shit, this was close, man. I knocked one? Yeah, he wasn't looking at me. I don't know. Oh, no, no, no. I got you. Yes. Na sterben, du h***er Person. Yeah. Nice one. Nice one, Leute. Richtig geile Runde. Geil. Eee. So, ab jetzt noch mal ganz was aus der Flöte vielleicht. It's the final countdown. Oh, 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 oh. Guck mal, zum Enden war's aber richtig. Geil. Richtig nice. Leute, das war's von den Salzbuben heute, äh, diese Woche, ja, genau, nächste Woche. Und dann sicherlich wieder mit den Altstars Hand of Blood, Splatterman, äh, ich meine, äh, J, J von Pete Smeet oder Sepp von, oder irgendwer von Pete Smeet. Und natürlich Dalo Karte. Leute, lasst einen Daumen nach oben, da schaut auf jeden Fall bei den Jungs vorbei und lasst ein Abo bei den Boys da. Abgesehen von Micky könnt ihr auf jeden Fall echt getrost bei jedem Abo reindrücken. Ich bin damit raus, macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ich küss eure Augen. Ciao, ciao, schu. Ich küss eure Augen. Ich küss eure Augen. Ich küss eure Augen.